so und tüge und tüge meine güte das stinkt ja aber enorm nach scharf hier muss doch irgendwo tüge sein und tüge wo bist du denn was ist das denn hier eine ruine und tüge hallo also hier war auf jeden fall die othilie das rieche ich ganz genau na nun wer bist du denn bist du etwa der drache draco ganz genau und du bist der hoppelhase der die prinzessin othilie mir streitig machen will nicht wahr ähm naja prinzessin ist etwas übertrieben aber der rest stimmt gibt meine freundin othilie frei das kannst du vergessen othilie ist in meiner gewalt ja aber nicht mehr lange ich werde jetzt gegen dich kämpfen du willst gegen mich kämpfen ja aua mein kopf ja und weiter aber jetzt mal richtig fertig aua hey hey was soll das denn ich heiße ja nicht ohnehin rettapel hilfe hör auf mich zu kitzeln ich bin also wenn ich es nicht besser wüsste würde ich glatt sagen den habe ich zu tode gekitzelt aber er lebt ja noch er ist nur k.o. gegangen aber immerhin er ist besiegt von mir das muss mir erst mal einer nachmachen na nun wer kommt denn da schon wieder das ist aber kein drache ja guten tag hallo wer bist du denn ich bin der könig könig manufitz der erste von ritterland oh guten tag herr könig ah wie ich sehe hast du den drachen von ritterland besiegt wie wunderbar alle hier auf der insel hatten angst vor ihm und keiner hat sich getraut gegen ihn zu kämpfen ja aber ich musste notgedrungen gegen ihn kämpfen er hatte schließlich meine freundin othilie entführt ah wahnsinn ja ja was man nicht alles für eine freundschaft tut nicht wahr doch ja richtig ritterhaft war das von dir ja so bin ich eben ne sag mal wie kann ich dir das wieder gut machen hättest du irgendeinen wunsch den ich dir erfüllen kann lieber hoppel lieber hoppel nun ähm es gibt da schon was so sag an egal was es ist ich möchte gerne ritter werden du möchtest ritter werden na gut warum eigentlich nicht denn nur ein ritter kann einen drachen bezwingen also äh woher kommst du von den osterinseln na gut also ritter hoppel von den osterinseln erhebe dich du bist nun in den ritterstand aufgenommen was wirklich ja du darfst dich wirklich ritter hoppel von den osterinseln nennen oh wahnsinn ja da hat sich das drachen bezwingen aber gelohnt ja das will ich wohl meinen ähm du sagtest tot ist der drache nicht nein nein der ist nur k.o. gegangen gut dann werde ich ihn ähm so schnell wie es geht in den ähm zoo unserer insel bringen mhm und dann ja dann werden ihn alle inselbewohner anschauen können oh ja das wird bestimmt lustig das kann ich mir gerade so lebhaft vorstellen ja das glaube ich dir nun dann hoffe ich mal dass es deiner freundin ottilie gut geht und dann will ich sagen auf wiedersehen auf wiedersehen herr könig ach ja ritter hoppel von den osterinseln ach so ja moment da war ja noch was ähm ottilia 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 wo bist du denn hoppel ich bin hier ah ottilia ah ah hoppel hm hm du hast mich gerettet hm hm ja ist ja schon gut hm 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 ich lange nicht dass ich dass du mir die luft abdrehen musst entschuldigung ah mein ritter in der not ja hm freilich hm hm klar 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 ähm ja ähm ja der drache der ist k.o. gegangen ach hoppel du bist einfach genial du bist wirklich ein wahrer ritter ja mittlerweile wirklich denn der könig von ritterland der hat mich gerade zum ritter erklärt weil ich den drachen besiegt habe was jetzt wirklich ja wahnsinn ja nicht wahr wenn du möchtest erzähle ich dir die geschichte wenn wir wieder zuhause sind oh ja gerne und ist jetzt wieder alles gut zwischen uns beiden ja natürlich ich verzeihe dir und du verzeihst mir und dann ist wieder alles gut hauptsache hier ist nichts passiert nein ich wusste ja dass du kommst und mich errettest ja freilich ist ja auch mein job so als ritter hm na dann komm lass uns gehen drüben ist mein boot und bis zu den osterinseln ist es schließlich noch ein langer weg da hast du recht ja na dann dann lass uns gehen dann lass uns gehen dieser tag war wohl wirklich aufrögend genug ja dann lass uns gehen liebster hoppel äh ich meine natürlich äh liebster hoppel von und zu den osterinseln ja na dann mal los und so wurde alles wieder gut hoppel und ottilie fuhren wieder zurück zu ihrer osterinsel und erzählten dem wassermann und damdam ihre spannende geschichte und damit ist die heutige geschichte zu ende was jetzt schon ich bin wohl etwas eingenickt aber ich habe vor meinen augen alles sehen können die ganze geschichte den drachen draco und hoppel und ottilie und alle ja das ist doch schön aber schau mal auf die uhr was denn es ist schon spät dann mal ab nach hause oh ja dann werde ich mich mal aufmachen danke für die geschichte tschüss und bis bald tschüss fritz ein netter junger ja so und ihr ihr macht jetzt am besten auch dass ihr nach hause kommt tschüss und bis zum nächsten mal so zum nächsten mal Musik Und Gottfried, da musst selbst du zu geben. Die Geschichte war besser als dein Buch, oder?